Diese Steine machen ein Verrückt, ne? 600 Meter 36 Meter Ich hoffe, mir geht mal ein, also mal den Straßen zu laufen, ne? Ganz ehrlich Aber scheint kalt zu sein Ich will jetzt nicht rennen, weil dann sieht man sich ja Das ist ja blöd Ich hätte lieber frieren, als weil ich nicht so schnell erwischt werde Vor allem meine Gegner, die sich nicht stark sind und ich noch keine vernünftige Verteidigung habe Das ist das Problem Mal gucken Wiederschaftser ist heute das erste Mal das Spiel Also nicht wundern Ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert Was ist das? Das muss ein riesengroß Viech sein doch Für den Tag geht die Temperatur wieder hoch, normalerweise Hoffe ich mal Ich rechne jeden Augenblick davon, dass es irgendeinem nicht verfolgen tut Aber ich schalte Verkehr durch die Wälder hier Aber ich will nicht an Straßen angehen, weil da wahrscheinlich noch mehr los ist Wenn ihr irgendwas sehen solltet, irgendwie Viecher so aus Zeig mal Bescheid Sie sehen aus wie Eber, wie Wildschweine oder wie Rehe oder wie Wölfe In der Art Noch sehe ich nichts zum Glück Ich hoffe, ich werde noch nichts sehen Ich komme ohne die Viecher vorbei, hoffe ich mal Aber ich glaube da nicht wirklich dran Dass ich hier einfach so mal Strom schatzen kann und keine Gegner kommen Ich kann mich gegen ein, zwei Gegner behaupten Aber dann war es das auch Dann bin ich tot Nach drei Drittgegner Ändert sich die Ton Wenn einer eine Nähe kommt von Gehören Oder von Monstern oder von Zombies Ich weiß nicht was das sein soll Hallo, willkommen alles zusammen zu Desolate Mit der neuesten Erweiterung vom 4.6.2020 Also vor vier Tagen kam die raus die Erweiterung Also die Erweiterung eigentlich Ist doch eigentlich eine Erweiterung gewesen Eigentlich ist es eine Fehlerbehebung und sowas Aber auch eine Erweiterung war dabei Ich weiß nicht ob ihr das Spiel kennt Das gibt es schon länger Also es gibt es schon länger Das Spiel Ich bin da einfach dann rumgewerkelt Seit dem letzten Jahr gibt es das glaube ich schon Das Spiel Ich rechne mit jedem Oh, Scheißviech kommt und mich mit einem Schlag gekillt Weil die komischen Zombies Wo ich mich drauf treffen, bin ich tot fast Die Wölfe wo mich drauf treffen, bin ich tot Die großen und drachenähnlichen Viecher Ich habe keine Ahnung was sein soll Wo ich drauf treffen, bin ich tot Scheiße Scheiße Warum kann ich nicht da durchgehen, durch den Schlitz durchgehen Ja Peter Ich bin nahe Straße Das ist nicht gut Was auch nicht gut ist, ist da oben das Feuer Ja Aber ich bin noch hinten Ich bin noch versteckt Ich hoffe ich komme ohne Gegner hier durch Hoffe ich wirklich Da ist es wärmer Ja Das ist gut Mit einer Straße Das ist nicht gut 300 Meter Meter auch richtig gesehen, Dateläufer, nee doch nicht das ist russisch, ne, ja gib mir irgendwas zum Leben verteidigen, nur sonst scheiß Rüstung wäre die schon schlecht Mist, da muss ich genau durch, was wie ich rumläuft, aber es ist ein kleines wie ich glaube ich nur, das können wir es schaffen ich habe noch Angst, wenn es rufschreit, dass noch mehr kommen von denen ich finde die Straße lang, scheiße 300 Meter, ich werde ja mit dem Zug fahren, aber der es so gibt Hallo und willkommen zu Disonett und Disonat, am Schienenlang will ich auch nicht laufen, da halten sich die Tiere untereinander, kommunizieren die genau da wo ich hin will eigentlich ich habe Hunger, ne, und du brauchst doch auch langsam genau darauf zu und hoffe, dass hier nicht irgendwas rumläuft, was mir schaden könnte 2,5 Meter 20 Meter 20 Meter 70 Meter Also kurz reingucken. Pilze! Warum so häufig sind es hier Pilze? Wir pflanzen wie schön hier Pilze. Alle für Drogen nur sein. 243 Meter. Naja, ich hoffe ich schaffe noch und dass da irgendwas kommt. Ich hoffe es sehr. Ich hoffe ich schaffe noch. 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 Ich wollte nur kurz da reingucken. Warum hast du mich reingucken lassen? Unverdummed. Ich will ganz kurz vergucken ob ich auch was umheißen kann. Das muss ich jetzt selber. So, bisschen Alkohol. Was essen noch? Scheiß Schweine. Ich hoffe ich will nicht verraten das Viech. Scheiß nicht gut. Das läuft auch komisch das Viech. Das läuft auch sehr komisch. Ist auch wie ein Schweinchen, aber ist kein Schweinchen. Komisch eine Bewegung im Lauf. 144 Meter. Ich muss hier wohl durch. Woher da hoch? Mal gucken ob ich da hochkomme. Können wir ausprobieren. Klappt leider nicht. Was ist das? ich habe Durscht das war wohl nicht so gut was ist das? Wasser Das ist doof, ich muss da durch. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich habe gehört wie ein größeres Viech, deswegen habe ich das mal gespeichert. Mal schauen. Was ist denn das schon wieder für ein Scheiß? Das hat mir auch Energie gekostet. Dieser scheiß Sturm da unten. Das war ein Blödsinn. Was kostet mir das Energie? Alter, warum fiefst du denn? Das kann nicht so ruhig bleiben. Ich werde es nicht bleiben. Auf keinen Fall. Ich werde gerne auch sein, wo ist Spark Train Station. Das sieht ja schön aus hier. Wenn Licht da lässt. Das ist schon wieder einer. Hallo, willkommen. Ich bin hier versteckt, weil ich mit dem Licht bin. Ach doch noch. Verletzte. Ja, kein Mensch. Ja, das war jetzt hier. 10 Meter entfernt. Ja, alles gut. Ja, das war jetzt. scheiße hallo 6 meter sehr viel jahr und das stift Filz. Zehn Meter unter mir. Neun Meter. Das Gerät wurde gelohm, oder? Ich habe die Token. Proceed to Oasis. Dann die Token, die Merchant. Die Campen ist zu der Norte. Sector C6. Ja, das ist ein Arsch. Das ist doch ein Riesenratter. Rattenrotter, du, willkommen im Chat. Hallöchen, Hallöchen, willkommen. Ich kann nicht unter den Scheiß laufen. Nebel. Alles gibt es, gibt es alles. Ich muss echt nur wieder rauskommen hier. Ich kann nicht unter den Scheiß laufen. Warum kann ich es nicht da durch? Mist. Ich muss da raus hier. Ja. Okay, das ist noch okay. So weit okay noch, ne? Was kann ich hochkommen? Wie ist das? 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 Radeo kostet 20 Mikroskop, ein Mikroskop. EvoCypher, EvoCypher. Rare. Okay, ach, die haben auch die Rare und normale. Und kongressenell gibt es dann noch seltene Sachen. Und dann hätten wir jetzt ein Notebook. Und dann gibt es noch Sachen wie Epic, epische Sachen. Rare, Epic, normal, unconventional. Tränkiges Wasser, das ich heute nicht trinken. Was ist das hier? Shuffle. Das kann nicht eher episch sein, nur selten sein. So, jetzt habe ich jetzt 316. Aber ich sollte auch was machen. Shuffle. Present the token to the merchant. Das ist das. Du bist hier neu, ich nehme. Ah, das ist gut. Ja. Du arbeitest für die Körperschaft? Nicht wirklich. Ich bin ein Voluntier. Ich bin hier mit meinem eigenen Willen. Ah, was soll wir dachten? 3.600 erfahrungspunkte gemacht jetzt kann ich irgendwie schlafen gehen oder was keine ahnung hat nichts angezeigt Okay, was soll ich? Ja, ich kann. Wer ist das? Wie haben Sie in Kontakt? Auf der Radio, verdammt! Ich habe gefragt, ob es jemanden auf der Arbeit war. Er sagte, dass du hier noch bist, also du wahrscheinlich kannst du ihn nutzen. Ich bin Biologist. Ich studiere die Flora und die Fauna hier auf Grinch. Okay, was soll ich hier? Habt ihr gehört von Subjekt 11? Subjekt 11? Wannogar... Wannogar... Mh-mh... Kärfungskrank, wa? Wannogar... So was ist das? Just... Get some specimens. The pay will be fair. Over and out. Edingjot. Schauen wir uns mal an die Aufgabe. Feinze... Dom... Adar... Station... K... Schöpfe... Traférique... Kraftenglad... Krafti name? tehd... ... ... ... ... ... ... Time... ich sollte eigentlich schlafen gehen ich frage wo ist das spät ja das menschen das sieht aus tausende aufgabe schon wieder ich habe was glauben wollte ich mache mal kurz was probieren was aus zur uhr 3 war das ich habe keine sache nix hier ebenso wie gesagt kriegen bessere kann ich sein welche frösche was das hier krokodil 40 das geht also auch mit kuh kann das direkt auswählen ich wollte gucken ob ich ihn klauen kann ich klauen kann aber es klappt nicht schlafen kann sie anscheinend auch nicht hier ich habe keine ahnung hast du wasser müsste müsste ja ist damit schmürt schon fast wasser bei bei grab grab drape schuss steuer apfelsaft steuer Limonade, alles teuer. Tomatensaft, alles doch teuer ey. Orange, Kanger, Heal, Price, 60. Was ist die Frage, was das denn überhaupt? Das ist, weil ich froh, ich weiß, wie es mal war. Ich habe schon einiges, eigentlich glaube ich bin ich ja schon mal. Von da bis da vorne, aber das ist schon zwei große Karte, ganz ehrlich. Und da ist das Ziel, wo ich hin muss. Boah, ich muss den ganzen Scheiß Weg wieder zurück. Ey. Das ist hart, das ist soweit, hätte ich gedacht. Find Dome, Radar, Station. G7, das schaffe ich ja niemals, wie soll ich das denn machen ey, ganz ehrlich. Search. Was ist das? Ja, ja. Wett, mein verrückter Hund, ein Dork. Kein Hund, ist ja was anderes. Kein Hund, ist ja was anderes. Elektrik. Ruptura, Ruptura, keine Ahnung. Graffiti. Tornado. Psycho... Psychoaktive Area, okay. Eeeh. Gott, 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 Gott. Heldsonder, Stamina von 53. Eins und mich stört, dass ich hier, ähm, keine... Sag schon, ähm... Na, ich komme nicht drauf. Keine Rüstung bauen kann, die wäre ja sehr wichtig, die Rüstung mir eigentlich. Kann ich nicht... Brief, Brief schreiben, hehehe. So, bevor ich hier rausgehe, speichere ich euch noch kurz. So, save. So, zwölf prozent des Spiels. Okay. Zölf prozent des Spiels habe ich fertig. Gucken, nur noch zölf prozent. Ich hätte ja irgendein Auto, ey, ganz ehrlich. Bei der Entfernung. Schönen Tag. Aber... Autos... Kann man nicht fahren mit. Bist du ein verrückter? Ja. Okay. Normalerweise... Ach, okay. Ach, okay. Ach, okay, ich hab doch keinen Platz. Ach... Ach, okay. Ach, okay. Ach, okay. Ich würde gerne auf den da machen. Wie viel Schuss habe ich denn da? Wie viel Schuss hat der? Ich würde gerne auf den da machen. Hat der keine Vertrauen? Der hat keiner. Der hat... Wie kann ich den da?